ja moin leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen video beim hoch sauerland gaming und den ls 19 ja wir haben jetzt hier die letzte zeit ja nicht mehr weiter gespielt weil ich noch wie gesagt andere games habe wo ich erst mal auf meinem kanal präsentiert habe aber nichtsdestotrotz werden wir hier natürlich weiter spielen muss jetzt einmal kurz hier durch schauen wo wir jetzt hier das letzte mal stehen geblieben sind weil es ist ja auch schon einige zeit hier vergangen was wir hier zuletzt gespielt haben ja hier wird jetzt mais angebaut ich muss jetzt einmal kurz hier rein schauen ja was wir jetzt hier überhaupt angebaut haben ja wir haben hier die sonnenblume auf fällt 13 baumwolle haben wir nicht gerste haben wir auch nicht und weizen haben wir auch nicht ok ja dann würde ich sagen dazu werden wir jetzt hier erst mal noch ja das feld 17 hier komplett fertig säen weil dies unser helfer ja nicht ja das ist auch nicht gegrubbert worden wie gesagt ich muss mich gerade erst mal kurz hier rein finden jetzt was wir hier überhaupt haben und ja wo wir hier zuletzt im game stehen geblieben sind jetzt füllen wir erst mal die sämaschine hier wieder auf auf unserer hofeigenen herstellung für saatgut ja wir haben hier meist jetzt gesät sicherlich wo ich mich noch dran erinnern kann ist das für unsere schweine die wir hier haben ja unsere produktionsstätten da werde ich dann gleich mal hinfahren um zu schauen was wir jetzt hier ja noch benötigen oder was wir hier nicht benötigen ja wir haben hier jetzt ja wir haben hier jetzt ich will einmal kurz schauen was wir hier hier haben wir zuckerrüben angebaut ok ja jetzt kommt so langsam wieder ja zurück was ich hier eigentlich vor hatte es ist für unsere schweine produktion dass unsere schweine mehr gülle und mist machen weil ja mist brauchen wir ja sowieso recht sehr viel einmal für unsere dünger produktion haben wir hier auch schon was gesät hier haben wir noch nichts gesät dann werden wir hier jetzt auch noch ja meist einmal ja an säen ja wie gesagt ich muss jetzt einmal kurz hier durch switchen was wir hier haben wir könnten auch schon mal hier ein bisschen paletten machen ja unser raps ist jetzt abgeerntet das dürfte jetzt auch das letzte feld gewesen sein so wie ich das jetzt gerade hier in der statistik gesehen habe deshalb werden wir jetzt den drescher hier einmal abtanken ja wie gesagt es ist eine ganze weile her wo wir gespielt haben wird aber jetzt demnächst hier auf dem kanal wieder mehr videos dazu geben zum ls 19 es wird einige neue mods geben die ich mir schon herausgesucht habe in den letzten tagen ja aber ich hatte jetzt die letzten tage auch nicht so die zeit hier zu spielen das wird sich aber jetzt im neuen jahr 2020 hier natürlich wieder ändern dass hier mehr games vom ls 19 kommen mit all unseren mods die wir hier haben die wir noch bauen werden ja und mit eurer hilfe in den kommentaren was wir hier als nächstes so machen sollen wäre ich euch sehr dankbar ja natürlich möchte ich auch noch allen zuschauern und allen die hier ja mein kanal verfolgen oder auch nur kurz reinschauen ein neues jahr 2020 wünschen ja viel gesundheit das ist das wichtigste was man überhaupt haben kann weil gesundheit kann man sich nicht kaufen das ist das wichtigste was man überhaupt haben kann so dann schauen wir einmal rein zum raps wo wir den verkaufen können in der getreidemühle dort gibt es jetzt am meisten dafür dann werden wir da jetzt einmal hinfahren ja geld haben wir auch nicht ja so viel jetzt muss ich mal gerade überlegen wie fahre ich denn jetzt am günstigsten dahin weil ja unsere ganzen produktionsgebäude hier stehen hier ist auch noch irgendwas ja erntereif was haben wir hier jetzt erntereif die sonnenblume ist hier schon erntereif die werden wir natürlich dann auch gleich hier runter häckseln oder runter dreschen je nachdem wie man es sehen mag ja dazu müssen wir einmal an unserem drescher das andere gebiss anbauen für unsere sonnenblumen ernte ich glaube wenn mich nicht alles täuscht brauchen wir die sonnenblume für unsere diesel herstellung ja dann laden wir jetzt hier erst mal ab dass wir jetzt hier ein wenig geld bekommen weil unser konto stand auch jetzt nicht ja so gut war dass wir hier irgendwas kaufen können ja leute wie gesagt es wird dann demnächst hier jetzt wieder mehr videos vom ls 19 geben so den lassen wir jetzt einmal hier stehen weil ich muss jetzt einmal hier herumschauen was wir hier jetzt eigentlich oder wo hier jetzt ja was steht ja mais habe ich jetzt ja in den anderen feldern schon angebaut ja um kurz hier wieder herein zu finden denke ich mal das wird seinen grund gehabt haben deshalb bauen wir jetzt einmal den ja großen grubber hier an und werden einmal rüberfahren zum großen feld zum feld nummer zum feld nummer 10 ja da schaut man einmal auf die karte die hier bei mir an der wand hängt und schon fährt man hier vorm drescher ja hier auf dem feld sind zuckerrüben angebaut und dazu brauchen wir natürlich den zuckerrüben ernte ja entschuldigung den werde ich natürlich mieten weil der kauf an sich ja einfach unlukrativ wäre für dieses eine mal wo wir das jetzt benötigen ja lassen wir jetzt den helfer hier einfach mal ja unser feld 10 ja einmal grubbern dazu schaue ich einmal nur kurz rein in die garage ob wir irgendwelche fahrzeuge haben die wir hier warten müssen weil wie gesagt dass ich schon so lange jetzt ja sind fast vier wochen wo hier die letzte folge gekommen ist aber so wie das hier aussieht ist alles gut hier haben wir einen den können wir reparieren ja machen wir das jetzt hier mal ja weiter hier wird noch fleißig mais gemacht dann würde ich sagen fahren wir noch einmal schnell hier ja was heißt schnell nicht aber unsere paletten heraus weil hier wieder ein stapel voll ist so das haben wir wieder erfolgreich hingekriegt jetzt müssen wir die nur noch hier raus fahren können wir eigentlich mal gleich im sägewerk schauen wie es da aussieht aber wir haben jetzt so viele paletten hier ja die könnten wir eigentlich ja mal verkaufen ja ich würde sagen wir fahren einfach mal rüber ins sägewerk und schauen mal da können wir bestimmt irgend etwas ja rüber fahren zu unserer paletten produktion so dann gucken wir mal hier rein was wir jetzt hier haben ja hier haben wir jetzt einen vollen eine volle trigger position ja es ist natürlich jetzt auch hier nacht ja man sieht es nicht allzu gut was wir jetzt oder wo ich jetzt hier her fahre aber es sollte eigentlich kein problem sein hier ja den stapel problemlos zur tür hier raus zu fahren ja um einmal rüber zu fahren ja ins sägewerk ja unsere bäume die wir angepflanzt haben sind natürlich auch erntereif unsere tabak produktion ist auch voll unsere trigger plätze die wir dort haben zur herstellung ja und schon geht es hier auch gleich weiter mit unserer paletten produktion ja ich würde sagen ich fahre jetzt ja nochmal rüber weil ich glaube dass wir da noch eins zwei ja trigger plätze abholen können bis dann unser sägewerk ja ich weiß auch nicht ob wir noch genug holz im sägewerk haben das werde ich jetzt gleich einmal hier schauen also unser sägewerk macht noch nicht weiter es kann auch sein dass unsere baumstämme hier jetzt alle sind also haben wir noch genug stämme hier im sägewerk gelagert ja weil unser wald den wir angebaut haben der ist auch jetzt fertig zum ernten dort können wir jetzt ja in einer der nächsten folgen mit dem harvester ja anfangen und unseren großen baumbestand herunter forsten und dies dann natürlich ins sägewerk sägewerk einmal zu bringen so dann lassen wir jetzt ja die bretter jetzt einmal hier ich laufe jetzt einmal kurz ja rüber ins sägewerk um zu schauen wie viel holz wir jetzt noch haben oder ob wir da schon wieder ein holz nachschub holen müssen wir müssen auch hackschnitzel hier ja aufladen und weg bringen ja wir haben noch 33 prozent hier für unser sägewerk ja unser mitarbeiter ist hier fleißig am werkeln es dürfte jetzt auch gleich hier weiter gehen wenn da hinten unsere bretter dann weggefahren sind auf die abstapel position wird hier ja jetzt der neue stamm eingefahren das kennt ihr aber schon aus den anderen videos deshalb switch ich jetzt einmal um und möchte einmal gerade ja reinschauen weil wir sehen hier bei dem anbaugerät können wir hier keine sonnenblume ernten aber ich habe ja noch ein anbaugerät ich weiß nur gerade nicht das ist wahrscheinlich weiter vorne hier ist das anbaugerät genau hier haben wir jetzt die sonnenblume ja dann werden wir da jetzt einmal das schneidwerk ändern das liegt bei mir auf dem hof bereit das habe ich hier jetzt ja noch nicht hingefahren werde aber jetzt ja dieses schneidwerk muss ich jetzt irgendwo mal hier hinlegen ich würde einfach sagen ich lege das jetzt einfach mal hier hin weil da stört es keinen ja und mach mich mal auf jetzt hier ja das andere schneidwerk zu holen ja ich möchte auch gern noch ein paar weitere investitionen hier auf meiner map tun ihr könnt das ja mal gerne unten in die kommentare reinschreiben was ihr euch so wünschen würdet was wir hier als nächstes kaufen da wäre ich euch ja sehr dankbar für wenn mal einer in den kommentar schreiben würde ja jetzt fahren wir mal rüber zum feld 13 um dort jetzt die sonnenblume hier zu ernten für unsere diesel herstellung ja müssen wir noch warten bis der drescher sich hier aufgeklappt hat und jetzt geht es los mit der sonnenblume ernte ja die ist rein zur diesel herstellung gedacht ja für nichts anderes dann würde ich auch sagen fahren wir einmal unseren lkw wieder rüber weil wir werden den dann da benötigen um dann unsere sonnenblume abzuladen ja einmal ich werde das so machen dass ich die sonnenblume dann einmal in das hofsilo bringe und dort dann mit dem anderen ja anhänger das dann da verladen werde ja die kühe schlafen kann ich auch irgendwo verstehen warum man hier schläft ja ich möchte einmal nur kurz hoch laufen zum schweinestall wo dann ja hier unser tier menü einmal angezeigt wird aber in dieser ansicht ja ist das für uns jetzt nicht relevant ja einmal warten bis der computer hier gespeichert hat dann einmal in das tier menü reinzuschauen ja jetzt haben wir hier auch mais benötigen wir noch und kartoffeln und zuckerrüben ja wir bräuchten auch hier ja sonnenblumen aber wir haben das hier schon mit soja bohne und raps einmal gefüllt weizen und gerste ist auch voll sauberkeit wasser stroh ist auch alles voll zuckerrüben werden wir dann in einem der nächsten videos ernten wenn dann die zuckerrüben fertig gewachsen sind und auch unser mais ja dann switchen wir jetzt einmal durch und schauen mal ja unser helfer hat hier jetzt ja gleich unsere mais hier fertig gesät ja ich werde natürlich auch wahrscheinlich noch einen traktor kaufen es wird noch wie dieser hier einmal der xerion werden weil das einfach ein kraft paket ist ihr könnt immer gerne unten in die kommentare schreiben was ihr von dieser glas flotte so haltet also ich bin von glas wirklich sehr überrascht was die hier so machen ja nichtsdestotrotz wie schon vorhin gesagt werde ich jetzt einmal ja werde noch kein holz fällen aber ich werde schon unseren ponze einmal hier herüber fahren wo unser baumbestand ist wo wir in zukunft bäume fällen werden die wir für unser sägewerk benötigen ich würde aber sagen ich fahre einmal nach oben wir werden einmal oben anfangen ja und was das ist auch noch was ich euch fragen wollte was mögt ihr eigentlich lieber mögt ihr so die cockpit ansicht wie jetzt oder mögt ihr eher so die außen ansicht also ich fahre ja gerne in der außen ansicht um einfach ja das spielgeschehen mit dem fahrzeug ja besser zu sehen ja ich hatte auch erst ein bisschen bedenken ja ob das meine cpu hier mitmacht aber ich habe letztes jahr 2019 mein rechner richtig aufgerüstet auf gaming level 2025 ja ich habe eine sehr hohe grafikkarte drin von in video ein arbeitsspeicher von 32 gigabyte ja das ist natürlich hier auch vom vorteil und auch notwendig wenn man hier wie ich ja als youtuber newcomer gaming videos machen will ja muss man schon etwas ja bums im rechner haben sage ich mal das wird schon ja einmal rum weil irgendeiner war hier fertig unsere sämaschine war jetzt hier fertig die werden wir natürlich jetzt wieder einmal auffüllen müssen weil die schon leer ist werde natürlich auch wieder jetzt nochmal mais auf das ganz große feld sehen dort denke ich aber müssen wir dann ja nachfüllen im in der sämaschine weil einfach die kapazität nicht ausreichen wird mit dieser ja sage ich mal kleinen sämaschine den großen ja das große feld hier ja abzuchecken so dann machen wir die jetzt einmal hier voll ja das passt ja das ist hier ja mit dieser füllstation die ist etwas niedrig aber es wird auch so funktionieren ja leute ich habe auch mein lenkrad jetzt ja hierher geholt in meine gaming ecke der green screen ist auch unterwegs zu mir wird demnächst dann das ganze hier auch ja mit facecam es wird hier den live stream natürlich auch geben im ls 19 ja ist einfach schöner anzusehen und ja ich freue mich auch immer drüber über leute die mit facecam oder im live stream zocken ja dann sieht man auch dass wirklich leute ja interesse haben für ihr hobby also ich mache das ja auch nur als hobby will damit kein geld verdienen werde ich auch nie machen das verspreche ich euch hier so wie es ist ich werde nie irgendwie auf meinem kanal irgendwas ja mit geld verursachen oder einnehmen es soll einfach nur spaß und hobby sein soja jetzt fehlt mir hier noch ein dritter traktor da werden wir einfach nochmal rüber fahren weil ich im moment nichts weiter ausrichten kann ich brauche erst noch den dritten traktor um hier ja nebenbei weiter wirtschaften zu können ja man merkt jetzt so langsam wenn man diese produktionsgebäude alle hier mal so ein bisschen ja im betrieb nimmt was einem eigentlich wirklich noch so fehlt und mir fehlt hier noch einiges so dann nehmen wir den stapel jetzt auch noch mit ja ich hoffe dass der stapel halten wird weil wir gerade gesehen haben bin ich da auch nicht richtig ja rein gefahren aber ich denke mal der stapel wird hier schon halten das ist auch jetzt der letzte stapel den wir hier holen ja einige haben mich auch angeschrieben und gefragt ja manuel warum nimmst du einfach nicht den radlader und machst dir da eine gabel vorne dran und holst damit dein holz aus den ganz einfachen grund weil der platz im sägewerk zu eng ist ich habe das wirklich schon ausprobiert dort mit dem radlader rein zu fahren aber ich komme auf diesen ablade trigger position einfach nicht herum der ist einfach ja zu groß da macht sich hier unser kleiner gabelstapler einfach besser so dann haben wir jetzt ja unser helfer ist jetzt gleich voll wir tanken den jetzt einmal hier ab für unsere sonnenblumen die wir natürlich ja erstmal ins hofsilo schaffen und dann dort mit einem anderen anhänger ja verteilen werden dorthin wo wir es auch benötigen und so 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 ja so hier lassen wir den jetzt stehen weil unser helfer ist auch jetzt ja einmal abgetankt dann möchte ich nur einmal ja kurz in das global company mod reinschauen ja ja wir müssen milch in unserer käse produktion bringen das ist unser saatgut dünger dann schauen wir einmal rein in die cola produktion dort fehlt wasser was wir auffüllen müssen unser sägewerk dann schauen wir einmal rein in unsere bier produktion dort dort haben wir noch ja gerste und wasser das läuft unsere bier produktion unsere tabak produktion schauen wir einmal rein ja wasser und gerste ist auch ziemlich knapp aber wir sind hier voll wir müssen dies einmal hier abladen dass wir dort weiter produzieren können palettenwerk und natürlich unsere diesel herstellung die noch fehlt und hier benötigen wir unsere sonnenblume dafür habe ich die sonnenblume auch angebaut ja leute ich würde sagen ich spiele jetzt einmal hier offline etwas weiter ja und ich melde mich dann zu oder was heißt ich melde mich ja wir sehen uns ein einer der nächsten videos wieder hier vom ls 19 in der felsbrunn wenn wir hier anfangen ja unsere schweine in betrieb zu nehmen bis dahin würde ich sagen leute macht's gut halt die ohren steif und wir sehen uns in einer der nächsten videos wieder tschüss und wir sehen uns